Hi, servus Freunde, hier wieder mal was von mir, ein kleines Update möchte ich sagen. Und zusätzlich habe ich eine kleine Überraschung, eigentlich nur für mich, nicht für euch, aber ist ja egal. Ich habe, wie ihr wisst, eventuell zur Zeit leider keinen wirklichen Zugriff auf ein Videobearbeitungsprogramm. Ich habe auch keine allzu gute Kamera oder sonst was, also mir fehlt das Equipment. Sprich, PC fehlt mir, ich habe keine gute Kamera zur Zeit, ich habe auch kein Aufnahmegerät, das mir viel bringen würde. Deswegen kann ich jetzt zur Zeit nicht wirklich irgendwelche Videos machen, wenn überhaupt dann sowas wie jetzt. Aber geschnitten und mehr oder weniger hochwertig keine Chance, leider. Aber das wird sich irgendwann ändern in den nächsten paar Wochen, haltet noch ein bisschen aus. Ich hoffe, ihr könnt so lange auf mich verzichten. Aber vielleicht kommt ja das ein oder andere schnell aufgenommene Handy-Video, wie jetzt in diesem Fall. Ich hoffe, das stört euch nicht, ganz ohne Mikrofon, ganz ohne, ja wie gesagt, ohne hochwertige Kamera oder sonst was. Aber so ist es halt. So, und jetzt zum zweiten Anlass von diesem Video. Und zwar ist ein Paket bei mir zu Hause eingetrudelt. Und ich habe bei der Stuttgarter Hofbräu Kronkorkensammelaktion mitgemacht, mal wieder. Die gibt es auch schon seit jeher. Früher hatten sie dann immer 100 Kronkorken für irgendein Special, das man da eben kriegen konnte. Zum Beispiel, was weiß ich, was mal gab, einen personalisierten Krug oder sowas. Ich habe die Dinger oft gesammelt und sehr oft vergessen einzuschicken. Man musste die Kronkorken dann einsenden. Das heißt, jedes Mal, wenn ich sie gesammelt habe, ist da auch nichts rausgekommen. Weil ich hatte dann meine 100 Kronkorken und habe sie dann einfach nicht weggeschickt. Was ziemlich dumm war und das ist mir ziemlich häufig passiert. Naja, aber jetzt kann man die Kronkorken sammeln und den Code, der auf der Rückseite ist, einfach im Internet eingeben. Auf der entsprechenden Seite. Und dann kann man sich die Punkte da sammeln. Man muss die Dinger nicht mehr einschicken. Das heißt, auch ich kriege es jetzt endlich mal hin, die Dinger zu versenden. Und es gibt aktuell ein T-Shirt, nicht zu gewinnen, sondern halt einzulösen. Bei 120 Kronkorken gibt es ein T-Shirt, eins von zwei Designs. Tatsächlich habe ich mir beide Designs ersammelt. Jetzt ist gerade eins eingetrudelt. Das machen wir jetzt gemeinsam auf. Beim nächsten Mal schauen, wenn das kommt, ob ich das hinten an dieses Video dran mache. Wahrscheinlich nicht, weil wie gesagt, ich kann gerade nicht schneiden. Vermutlich wird da ein separates Video hochkommen, das dann kürzer ist. Aber egal. Gucken wir es uns doch mal an. Wie machen wir das jetzt am besten? Ja, so, das ist doch okay. So, also, ich mache das Päckchen mal auf. Wir holen das gute Stück heraus. Unboxings kommen inzwischen relativ viele von mir, ist mir aufgefallen. Aber finde ich eigentlich auch keine üble Sache. So, dick. Das Problem ist, T-Shirts, die man online bestellt, selten, dass die passen. Ähm, ich habe eine XL Größe, ich habe jetzt einfach mal die größte genommen, nochmal eins mehr, weil es kommt mir viel zu häufig vor, dass selbst die aktuelle Größe, die ich mir vorstelle, dann doch nicht passt. Aber auch in eine andere Richtung. Äh, egal. Ähm, hier. Das ist das Brustbild. Ich finde es relativ... Na, es ist schön, es ist dezent. Ich finde es echt angenehm. Aber es ist ein bisschen klein, fast schon. Ähm, nicht im Ganzen. Das Ganze ist eigentlich okay, aber wenn man sich jetzt anguckt, die einzelnen Logos, die da drauf sind, hier furchtlos und treu, das Motto Württembergs ist halt wirklich, äh, naja, sehr klein. Oder auch hier, äh, die, äh, die Hirschstangen und die Löwen, sehr, sehr klein. Äh, königliche Brauerei, dafür steht die Krone, eine Hopfendolde, das ist wohl Wasser, da haben wir schon zwei Zutaten, hier ist nicht die dritte, das ist nämlich Weizen und keine Gerste. Ähm, naja, was soll ich mal machen? Ihr wisst, Gerste, die hätte hier noch so Ehren hoch, ähm, Ehren, keine Ehren, ähm, aber naja, naja. Ich habe mir mal vorgenommen, keine T-Shirts mit Brauerei-Logo mehr zu kaufen, auf denen, äh, Weizen anstatt Gerste abgebildet ist, äh, aber, naja. Dann, der Löwe und, äh, natürlich die Stuttgart-Stute darf nicht fehlen und das Haar aus Hofbräu. Also, ja, wie gesagt, nettes Design, ich folde es mal kurz auseinander, um den Platz, äh, ich folde es mal auseinander. Hier ist dann noch ein, hier, äh, uff, äh, so. So, ja, im Ganzen, das ist kein Muscle-Shirt, das ist ein T-Shirt, so. Ähm, so, und dann habe ich gesehen, ist hier, wenn man umschlägt, auf der Rückseite, nee, andere Seite, hier, ah, deutlich umschlagen, es ist auf der Front. Und zwar unten im Eck, nochmal das Stuttgarter Hofbräu-Logo. So sieht das Ganze aus, äh, ich ziehe es jetzt mal an, mal gucken, ähm, wie das an mir aussieht, dann gebe ich euch bestimmt mal ein Update. Aber, ja, lohnt sich. 120 Biere, ist okay, kann man machen. So, Leute, da ist das Ding in all seiner Pracht. Ähm, ihr seht, es war kein Fehler, ähm, eine Größe größer zu nehmen. Ähm, mein dicker Ranzen passt zwar rein, aber, äh, er zeichnet sich auch formschön ab, möchte ich sagen. Ähm, hier in all seiner Pracht. Was daran liegt, dass der Stoff sehr dünn ist, ähm, und sehr anschmiegsam, so einen, äh, naja, ihr wisst wahrscheinlich genau, was ich meine. Ähm, schade, dass hinten drauf nicht nochmal Stuttgarter Hofbräu groß steht. Das finde ich ein bisschen traurig, dann wüsst man direkt, wenn jemand vor einem läuft, was so ein Guy ist. Jemand, der das hier sieht, wird da wahrscheinlich nicht direkt, ähm, was raus erkennen. Ähm, ich schalte nochmal um, damit ein bisschen heller ist hier. Ähm, der wird wahrscheinlich nicht direkt drauf was erkennen, oder, was ist jetzt los? Meine Filmkünste. Ähm, aber, wenn man näher hinguckt, selbst wenn man näher hinguckt, äh, man kann sehen, Hofbräu, man kann erkennen, dass es vielleicht eine Hopfendolde anstatt eine Artischocke ist. Aber viel mit Bier, muss man ganz ehrlich sagen, für jemanden, der keine Ahnung hat, hat es nicht zu tun. Schön, schwäbisch, nettes Shirt für, also, man sieht ganz klar die Stuttgart-Studie. Und so, also, äh, jemand, der von hier kommt, weiß genau, ähm, aha, ein heimatverliebter Spätzelsfresser. Aber, ähm, jemand, der mit Bierahnung, äh, hat, der hat damit wirklich nur auf einen nahen Blick zu sehen, dass es, ähm, was mir zu tun hat. Bzw. jemand, der keine Ahnung von Bier hat, der wird da auch nichts erkennen. Denn hier unten steht dann halt, da, neben meinem Ranzen, steht hier noch Stuttgart-Hofbräu, da kann man es dran sehen, aber, naja. Schönes, dezentes T-Shirt, ob das 120 Bier wert ist und 120, ist echt ein bisschen übertrieben, hätten auch 100 sein dürfen. Ähm, fraglich. Ich, ich hab's ja sowieso gesoffen, deswegen gibt's ein gratis T-Shirt dazu. Alles gut, aber, ja. Also, äh, ich zeig euch dann, wenn das zweite T-Shirt, äh, angekommen ist, wie das aussieht. Und, äh, bis dahin, haut rein! Und, äh, bis dahin!